Musik Als wir das erste Mal dann die Gelegenheit hatten, als Besucher hinzukommen, war für mich klar, wir müssen unbedingt ausstellen. Für uns ist es ein interessantes Format, weil es eine direkte Ansprache zu den Architekten bietet. Es ist sehr schön auch für uns, mal über den Tellerrand zu schauen, auch mal zu schauen, die Art und Weise, wie präsentieren sich andere Unternehmen und auch mal zu schauen, was gibt es noch für andere Produkte. Wir freuen uns wieder auf tolle Gespräche mit Architekten, Planern, Projektentwicklern. Ich certaine Know Hier haben wir die Zweite, freundlich sind, dass wir die Gleichheit gefallen hat um